Gerhard Schröder, Macht- und Willensmensch. So porträtiert ihn sein Freund, der Maler Jörg Immendorf. Der Staatsmann selbst unterbricht allzu viel Pathos und Ergriffenheit, lieber mit ironischer Distanz. Ich bin mir selten so ehren- und schon gar nicht so goldig vorgekommen. Vielleicht hat Jörg Immendorf ihn ja gerade deshalb als Staatsmann in Gold gemalt. Gerhard Schröder, der siebte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wegbereiter des Wandels von der Bonner zur Berliner Republik. Proletarierkind, Parteirebell. Wahlsieger 1998, sieben turbulente Jahre an der Spitze von Rot-Grün. Krieg- und Friedenskanzler. Medienkanzler und Modernisierer. Ein Lebensweg der Widersprüche und der Widerstände. Landkreis Detmold in Westfalen. In der dörflichen Gemeinde Mossenberg kommt Gerhard Fritz Kurt Schröder am 7. April 1944 zur Welt. In der Dachkammer eines Bauernhofes. Schröders Vater Fritz stirbt im Krieg. Mutter Erika kämpft ums Überleben. Vormittags habe ich Putzstellen gehabt. Und nachmittags bin ich auf den Bauernhof gegangen. Von 1 bis 6 sowas. Und dann hatten wir mal Kartoffeln. Wir haben auch mal Äpfel aufsuchen können. Und eine Stunde 50 wenig haben wir bekommen. Er bewundert seine kämpferische Mutter, die er liebevoll Löwe nennt. Das für mich beeindruckendste an ihr ist, dass sie sich nicht nur nicht hat unterkriegen lassen, sondern mit einem Maß an Bejahung von Leben durch diese schwierigen Zeiten gegangen ist, dass ich nur bewundern kann. Also sie ist für mich schon, ohne dass ich das jetzt sozusagen intellektuell bemerkbar mache, ein großes Vorbild gewesen, wie man kämpferisch mit seinem Leben umgeht. In der Dorfschule ist er ein guter Schüler, doch für die höhere Schulausbildung fehlt das Geld. Früh muss er Verantwortung übernehmen, als Ältester von 5 Geschwistern. Seine Mutter heiratet wieder, der Stiefvater ist oft krank. Von klein auf spielt der Fußball eine zentrale Rolle in seinem Leben. Die Familie wohnt in einer Baracke am Rande eines Fußballfeldes. Spielkameraden erinnern sich. Hier war der Einjahr. Und da waren die Fenster. Und hier war der Raum der erste, so 3,55 Meter lang. Und da war das Schlafraum. Ja, und dann kam er ab und zu, man war auf den Küchentisch oder auf den Herd. Und dann kam Oma dann ja raus. Das war ja klar. Und wir sind ja, sehen, dass wir wegkamen. Sie ziehen um. Gerhard Schröder und seine Familie leben auch am Ortsrand von Talle, Ostwestfalen, in ärmlichsten Verhältnissen. Ganz arm gewohnt. Nicht zu essen, nicht Arbeit. Die Frau hat nur gearbeitet, der Mann hat auch da krank. Das war Armut mir, noch mehr wie Armut. Jahre, in denen bei Gerhard Schröder der Ehrgeiz wächst, es allen zu zeigen, alles daran zu setzen, solchen Verhältnissen zu entfliehen. Er ist aufgewachsen als jemand, dem die Lebensumstände eingehämmert haben. Ich bin unten. Und wenn ich im Leben etwas bewirken will, wenn ich etwas werden will, wenn ich etwas darstellen will, wenn mein Ehrgeiz und mein Selbstgefühl befriedigt werden wollen, dann muss ich nach oben. Zunächst einmal führt ihn sein Weg in die Eisenwarenhandlung in Talle. Trotz Ehrgeiz, der Lehrling Gerhard Schröder fügt sich ein. Der machte alles. Also sonst so Jungs, die sagen, ach nee, Staub putzen. Und in so einem Laden war ja nun wirklich viel Staub und Dreck. Und ja, das machte der alle mit. Acker, sein Spitzname in der Fußballmannschaft. Schröder ackert auch beruflich. Zweiter Bildungsweg, Abitur, Jurastudium. Der Aufsteiger boxt sich durch, so Weggefährten. Er hat sich immer die Filme gerne angeguckt, wo die Boxer nach oben gekommen sind. Und sagt, was der Boxer in Amerika ist. Das sind hier in Europa die Fußballer. Und darum seine Liebe zu Fußball, weil das der Aufstieg war. Das war gewissermaßen von der Randlage des Dorfes Talle hineingerückt zu werden in die Mitte des Dorfes über die sportliche Fußballkarriere. Und darüber hinaus. Der Mittelstürmer wechselt in die Politik, spielt erfolgreich im linken Flügel der SPD. 1978 wird der Rechtsanwalt Gerhard Schröder Juso-Vorsitzender. Die 68er sind auf dem Marsch in die Institutionen Anti-Atomkraft und Friedensdemos. Auch Schröder will die Welt verändern. Mich hat mir immer praktische Lösungen interessiert. Und ich glaube, dass man den Menschen, die aus Verhältnissen kommen wie ich selbst oder sogar darin noch leben, weniger mit Büchern und Papieren helfen kann als mit praktischer Politik. Und mich hat immer angetrieben die Frage, wie kannst du soziale Verhältnisse so gestalten, dass mehr an Chancen für Menschen in ähnlichen Verhältnissen, wie ich aufgewachsen bin, dabei herauskommen. 1980 hält er erstmals Reden im Deutschen Bundestag. Der erste Abgeordnete ohne Schlips. Einer, der provoziert, noch bevor die Grünen Einzug halten. In seiner Partei, der SPD, wird er argwöhnisch beäugt. Es gab Leute, die von vornherein sagten, passt auf den auf, aus dem wird noch was. Und dann gab es andere, die fühlten sich gelegentlich auf den Schlips getreten. Durch was? Ja nun, durch diese etwas forsche Art des Auftretens. Die Legende um den Machtmensch Schröder beginnt zu reifen. Er will der Größte sein und ganz nach oben. Das hieß in Bonn, er muss hier rein, ins Kanzleramt. Als ich junger Abgeordneter in Bonn war, da gab es eine Gaststätte direkt gegenüber dem Kanzleramt. Die existiert heute nicht mehr. Da trafen sich die langsam beginnenden Grünen und wir, die jüngeren SPD-Abgeordneten. Und wir sind dann in Bonn über die Reuterstraße gegangen, zu unseren Büros zurück. Es war wirklich sehr spät und plötzlich fängt der Typ da an den Gitterstäben zum Kanzleramt zu rütteln. Daneben der Adenauer Kopf und der Freimuthufe und ich. Wir haben also vergeblich versucht, ihn davon abzuhalten. Ich kann nicht dementieren, dass da an den Stäben gerüttelt worden ist. Doch er braucht noch einen langen Atem, um an sein Ziel zu gelangen. Helmut Kohl ist viele Jahre im Amt und richtet sich im Kanzlerbüro gemütlich ein. Schröders Aufstieg beginnt am Rhein und geht weiter an der Leine. In Hannover wird er Ministerpräsident, unterstützt von Hildrud, seiner dritten Ehefrau. Die Parteigenossen merken auf, man darf ihn nicht aus dem Auge verlieren. Das ist jetzt Oskar. Oskar Lafontaine gratuliert. Schröder kann eine weitere Berg-Etappe für sich verbuchen. In Niedersachsen regiert nach 14 Jahren wieder die SPD, zusammen mit den Grünen. Oktober 1990. Deutschland feiert die neue Einheit. Kohl zementiert für weitere vier Jahre seine Macht am Rhein. Als Ministerpräsident erwirbt Schröder den Ruf als Genosse der Bosse. Mit einem guten Draht in die obersten Wirtschaftsetagen. Lafontaine hat bei der Wahl gegen Kohl verloren. Parteivorsitzender Rudolf Scharping, der nächste Kanzlerkandidat 1994. Im Wahlkampf-Werbefilm der SPD marschiert Schröder als Minister in Spee mit. Doch auch Scharping scheitert. Schröder ist überzeugt, er hätte es gepackt. Der Kampf der SPD-Kandidaten geht in die nächste Runde. Schröder und Lafontaine treten fortan als Duo auf. Eine Männerfreundschaft für die Kameras. Doch hinter der harmonischen Darbietung an der Saar ist der Machtkampf der Gegenspieler längst entbrannt. Wir sollen näher aneinander. Gerhard Schröder hat sein Ziel fest im Blick. Sie sind unzertrennlich. Zwillinge. Schröder gewinnt 1998 zum dritten Mal die Wahl in Niedersachsen. Eine weitere Etappe ist geschafft. Lafontaine gibt sich geschlagen. Gerhard Schröder ist jetzt der Kanzlerkandidat. Ich werde ihn morgen vorschlagen. Was da abgelaufen ist, war so ein klassisches Drehbuch von Macht. Und das muss man schon sagen, das war vom Feinsten. Und da hat er sich durchgesetzt. Und wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass er sich durchsetzen würde. Den Wahlsieg 1998 bejubeln sie noch Arm in Arm. Freudentaumel, die SPD nach 16 Jahren wieder an der Macht. Mit Joschka Fischer starten sie das rot-grüne Projekt. Gerhard Schröder wäre eine große Koalition lieber gewesen. Lafontaine gilt als Architekt von Rot-Grün. Die neuen Chefs. Kanzler, Vizekanzler und Oskar Lafontaine. In der Regierungsmannschaft will er als Finanzminister die Fäden weiterspinnen. Doch der Machtmensch Schröder ist endlich am Ziel. Das lässt er sich von keinem mehr nehmen. Ein anderer Stil hält Einzug. Nach 16 Jahren Kohl rücken die Rebellen von 1968 die Stühle am Kabinettstisch zurecht und machen es sich bequem. Zeit des Aufbruchs und der Umbrüche. Die ersten Wochen des Triumphes werden zelebriert. Über die Lust an der Macht reden die Regierenden seltener. Ihre Weggefährten gehen offener damit um. Ich will nicht sagen, man macht es besoffen. Aber es ist natürlich was Neues. Man ist plötzlich oben angekommen. Und das kann auch einem Lust verschaffen. Und dies zu leugnen, wäre unsinnig. Weil natürlich, es ist nicht nur ein Opfergang. Die Lust am Amt regiert. Schröder, das Proletarierkind, aufgewachsen in der Baracke am Fußballfeld, ist aufgestiegen in den Olymp der Politik. Mir kann keiner. Er findet Gefallen an Kaschmir und Kohibas. Die Medien haben einen neuen Star. Und die Kamera liebt ihn. Hat nichts zu tun mit gut aussehen oder nicht gut aussehen. Ich glaube, das ist, kommt aus innen raus. Das ist eine, mit ihm ist eine Wärme. Eine persönliche, sofort ein persönlicher, wie sagt man, Kontakt. Ein Kanzler zum Anfassen. Nach dem wunderbaren Patriarchen Helmut Kohl für die Medien eine neue Zeit. Herzlich Willkommen, unser Bundeskanzler Gerhard Schröder. Schröder liebt das Spiel mit den Medien und alle spielen gerne mit. Der Mythos vom Medienkanzler wird geboren. Ein Mensch wie er muss sich inszenieren. Wenn du im Grunde in irgendeiner Form Eindruck machen willst, wenn du eine Meinung bei den Menschen bilden willst, dann musst du auch in der Lage sein, die Elemente des Showgeschäfts zu beherrschen. Also jemand wie Schröder ist dann, wenn er diesen tollen Anzug anhat und auch die Zigarre raucht, ja gleichzeitig immer noch pollmäßig so ein bisschen. Genießt das auch und dann hol mir eine Flasche Bier sonst, oder ich weiß nicht, wie dieser Spruch hieß damals. So wie ich Gerhard Schröder kennengelernt habe, ist das der Medienkanzler schlechthin. Also wenn es beim Oskar die Kategorie gäbe, hätte er die sicher verdient als bester Selbstdarsteller. Doch aus Spaß wird rasch bitterer Ernst. Rangelt Oskar Lafontaine vor der Wahl noch im Scherz mit Schröder und greift ihm beherzt ins Steuer, eskaliert schon nach wenigen Monaten Regierung, der Streit im Kabinett. Lafontaine schmeißt hin, als Finanzminister und SPD-Vorsitzender. Schröders politischer Gegenspieler flüchtet nach Hause auf den Balkon. Ich bin Privatmann. Spielt scheinbar lässig den Privatmann. Schröder muss handeln. Er wird Parteivorsitzender, ein Amt, das er selbst nie angestrebt hat. Auch außenpolitisch wird er mehr in die Pflicht genommen, als er jemals ahnen konnte. Angriff der NATO auf Restjugoslawien. Krieg und Vertreibung im Kosovo. Tausende Albaner auf der Flucht vor Milosevic. Schröder will mithelfen, den Krieg zu beenden. Deutsche Soldaten beteiligen sich am NATO-Kampfeinsatz. Ich rufe von dieser Stelle aus alle Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, in dieser Stunde zu unseren Soldaten zu stehen. Sie und ihre Familien sollen wissen, dass wir das Menschenmögliche tun für den Schutz unserer Soldaten bei diesem schwierigen und auch gefahrvollen Einsatz. Gleichwohl, dies gilt es ehrlich zu sagen, können wir Gefahren für Leib und Leben unserer Soldaten nicht völlig ausschließen. Ausgerechnet Rot-Grün in der Tradition der Friedensbewegung verpflichtet, schickt deutsche Soldaten in den Krieg. Das wäre dann tatsächlich einer konservativen Regierung sehr viel schwerer gefallen, weil dann ein ganz enormer gesellschaftlicher und politischer Protest sich artikuliert hätte, wenn eine CDU-geführte Regierung diese Tabus in der Außenpolitik im militärischen Auftreten Deutschlands getroffen hatte. Und nur unter diesen Folterqualen, die ja dann insbesondere die Grünen durchgestanden haben, war das eigentlich möglich. Die Frage, wie Deutschland seine Rolle in der Welt sieht, da wird man das zumindest eine ganz wichtige Etappe ansehen. Also eine, in der tatsächlich es geschafft wurde, das ganze Erbe der Vergangenheit anzunehmen und es trotzdem nicht als einfache Entschuldigung zu nehmen, sich aus der Verantwortung zu begeben. Das finde ich, ist eine große Leistung. Schröder nennt diese neue und ungewohnte Verantwortung die womöglich schwierigste Erfahrung, die Sozialdemokraten wie Grüne zu verarbeiten hatten. Er ist sich der Tragweite dieser Entscheidung stets bewusst. Die Truppenbesuche hinterlassen ihre Spuren auch später zurück in Berlin. Wir sehen, wenn dann deutsche Bundeswehrpiloten Einsätze fliegen und der hat schon jede Nacht auf den Anruf gewartet, ob alle wieder heil zurück sind. Also da ist es nicht dran zu denken, dass man da vorher schläft. Schröder verlor seinen Vater im Zweiten Weltkrieg. Erst 60 Jahre später kann er Fritz Schröders Grab in Rumänien besuchen. Denkwürdiges Zusammentreffen politischer Entscheidungen und persönlicher Momente. Außenpolitisch bleiben Krieg und Terror prägende Ereignisse der ersten Kanzlerjahre. New York, 11. September 2001. Terroristen bringen die Türme des World Trade Centers zum Einsturz. Tausende Menschen sterben. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert. Zutiefst erschüttert steht Schröder an der Seite Amerikas. Der Anschlag ein Angriff auf die Wertegemeinschaft der westlichen Welt. Bundeswehrsoldaten beteiligen sich an der Operation Enduring Freedom in Afghanistan. Deutsche Soldaten am Hindukusch. Schröder setzt dies gegen Widerstände in der Koalition mittels Vertrauensfrage durch. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik verändert sich. Das heißt, die Politik, die wir gemacht haben, die mit Schwierigkeiten, ich erinnere an die Vertrauensfrage, durchgesetzt werden musste, ist ein Stück der deutschen Normalität geworden. Ein Tabu deutscher Nachkriegsgeschichte gebrochen. Der militärische Kampf gegen den internationalen Terrorismus hat die Bundesrepublik entscheidend verändert. Besuch der Friedenstruppen in Kabul. Schröder sieht sich bestätigt. Die Menschen vom Joch der Taliban befreit, so wie diese Mädchen, die erstmals eine Schule besuchen können. Wenn man in einer solchen Situation ist und spürt, eine fundamentale Entscheidung, von deren Ausgang man am Anfang ja auch nicht wissen konnte, die erweist sich in dieser Weise als richtig, dann ist das schon das bemerkenswerte Sinn. So entschieden er für die Befreiung Afghanistans an der Seite Amerikas Eintritt, so entschieden widerspricht er Bush bei der nächsten Etappe im Krieg gegen die Achse des Bösen. In dieser Stunde haben die Koalitionstruppen damit begonnen, den Irak zu entwaffnen, die Menschen zu befreien und die Welt vor großer Gefahr zu bewahren. Es ist die falsche Entscheidung getroffen worden. Die Logik des Krieges hat sich gegen die Chancen des Friedens durchgesetzt. Tausende von Menschen werden darunter schrecklich zu leiden haben. Schröder glaubt Bushs Begründung für den Sturz Saddam Husseins nicht. Den Beweis für Saddams Massenvernichtungswaffen bleibt Bush schuldig. Schröder verweigert Amerika die Unterstützung und gewinnt mit seinem Nein zum Krieg im Irak die Zustimmung in der Bevölkerung und auch Wählerstimmen. Wenn unsere Freunde angegriffen sind, helfen die Deutschen. Das stand nie in Frage. Aber genauso wenig darf in Frage stehen, dass wir selber entscheiden, was wir tun und wann wir es tun. Das war so, das muss so bleiben, meine Damen und Herren. Sein Verhältnis zu Bush bleibt unterkühlt. Auch nach dem Deutschlandbesuch des amerikanischen Präsidenten in Mainz entwickelt sich keine Männerfreundschaft mehr. Ganz anders das Verhältnis zu Jacques Chirac. Freundschaftliche Bande privat und auch politisch rücken sie nahe zueinander. Das alte Europa, wie es Donald Rumsfeld nennt, sagt Nein zum Krieg im Irak, stellt das transatlantische Bündnis aber nicht in Frage. Es war eine bestimmte amerikanische Entscheidung, der wir nicht zustimmen konnten. Was aber die Bedeutung des transatlantischen Bündnisses angeht, war der Kanzler immer klar und entschlossen. Ein normales Land ist Deutschland schon längst. Aber mit Schröder ist seine außenpolitische Souveränität größer geworden. An der Seite Russlands bilden die alten Europäer eine außenpolitische Troika, die sich beim Gipfeltreffen im Ostseebad Svetlogorsk gern zusammen zeigt. Die Freundschaft zu Putin festigt sich, auch über Schröders Kanzlerjahre hinaus. Ich gehöre zu denjenigen, die fest davon überzeugt sind, dass Europa, dass Deutschland eine sehr enge, eine strategische Beziehung zu Russland braucht. Einen lupenreinen Demokraten nennt er Putin und stößt dabei auf heftige Kritik. Seinem Freund Wladimir heißt es, sähe er zu viel nach. Tschetschenienkrieg, Pressefreiheit, statt demonstrative Einigkeit, erwartet man in Deutschland von Schröder mehr kritische Distanz. Sommer 2002. Schröders Umfragewerte im Wahlkampf sinken. Doch je höher die Pegelstände der Elbflut im Osten Deutschlands steigen, umso mehr gewinnt er an Zuspruch. Er präsentiert sich im Hochwasser als Krisenmanager und Helfer in der Not. Es gelingt ihm, die Situation zu seinen Gunsten zu wenden. Mithilfe der Grünen schafft er es noch einmal. Gerhard Schröder und Joschka Fischer starten in die zweite Regierungsrunde. Doch der Zauber des Anfangs ist dahin. Mit Riester-Rente, Atomausstieg und Homo-Ehe sind Zeichen gesetzt, aber die großen gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft bleiben ungelöst. Die Modernisierung des Sozialstaates zwingt zu einschneidenden Veränderungen. In einer Regierungserklärung fordert Gerhard Schröder mehr Eigenverantwortung und weniger Staat. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen. Unternehmer und Arbeitnehmer, Freiberuflich-Tätige und auch Rentner. Schröder setzt die Zustimmung zur Agenda 2010, seinem Plan für die Zukunft, in der Partei eher mit Härte, denn mit Überzeugungskraft durch. Ich glaube, Schröder hatte mit der Partei einen präsidialen Stil in einer repräsentativen Demokratie, wenn ich das so sagen darf. Das heißt also, er hat vieles alleine entschieden und dann abgedeckt durch Müntefering oder noch zwei, drei andere und dann aber dann doch den Leuten gesagt, so ist es und nun das berühmte Wort Basta. Den Ruf vom Basta-Kanzler wird Schröder nicht mehr los. Immer häufiger droht er den eigenen Leuten mit Rücktritt, die Stimmung kippt. Verlorene Landtagswahlen, miserable Umfragewerte, die Proteste verstummen nicht. Der Kanzler Gerhard Schröder setzt Staatsräson vor Parteiräson und gibt den Vorsitz der SPD ab. In einem solchen Moment weiß man, in welcher Reihe man steht, als Parteivorsitzender der ältesten demokratischen deutschen Partei. Und das aufzugeben, weil es die richtige Entscheidung ist, ist schon schmerzhaft. Im wahrsten Sinne des Wortes, das hat mich berührt. Franz Müntefering soll es richten, als neuer SPD-Vorsitzender die Genossen davon überzeugen, dass Schröders Agenda-Politik richtig ist. Vor allem die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe macht Teilen der Bevölkerung Angst. Die hohe Arbeitslosigkeit bleibt, der organisierte Protest geht weiter. Eine Front von PDS-Gewerkschaftern und unzufriedenen SPD-Anhängern positioniert sich. In vorderster Reihe Schröders alter Gegenspieler La Fontaine. Der Protest gegen Hartz IV wird zum Ventil für alle, die mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit unzufrieden sind. Das, was wir machen mussten und gemacht haben mit der Agenda 2010, war natürlich auch schwer zu verarbeiten. Für viele, die der Hoffnung waren, es wird schon so weitergehen. Und irgendwo finden wir einen Ausweg, ohne die sozialen Sicherungssysteme in dieser Weise reformieren zu müssen, um sie zu erhalten. Und dann gibt es ja immer wieder die Diskussion darüber, auch aus Teilen der Partei, der Gewerkschaften, was ihr machte. Das musste gar nicht sein, ihr hättet es auch anders machen können. Gewerkschafter wie Unternehmer kritisieren ihn und seinen Reformkurs. Den einen geht er zu weit, den anderen nicht weit genug. In den folgenden Monaten spitzt sich die Lage zu. Die Unzufriedenheit in den eigenen Reihen wächst. Eine düstere Melange, die die Opposition für sich nutzt. Erst verliert Rot-Grün in Schleswig-Holstein. Dann verliert die SPD die Macht in ihrem Stammland Nordrhein-Westfalen. Des Kanzlers Mehrheiten schwinden. Er will nicht untätig zusehen, bis man seinen Rücktritt fordert. Er greift die Flucht nach vorn. Rot-Grün ist nach sieben Jahren am Ende. Schröder stellt die Vertrauensfrage. Das Ziel des Machterhalts um der Machtwillen rechtfertigt niemals Entscheidungen gegen die bessere Einsicht und gegen den Rat des Gewissens. Ich handele in der Gewissheit, dass die von mir begonnene Politik der Reformen richtig und notwendig ist. Für unser Land und für seine Menschen. Ich glaube, er hat auch die Neigung, manchmal alles auf eine Karte zu setzen. Und zu sagen, jetzt will ich es aber wissen. Und das hat sich in diesem Fall durchgesetzt. Die Vertrauensabstimmung will er verlieren, um Neuwahlen zu erzielen. Er stellt sein Amt zur Verfügung. Für Gerhard Schröder gibt es zu diesem Zeitpunkt nur alles oder nichts. Da bin ich nun wirklich vielleicht ein bisschen altmodisch. Ich sage jetzt, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Wer kämpft, der kann gewinnen. Natürlich ist es immer besser, dass man handeln kann, als behandelt zu werden. Das ist sogar keine Frage. Kämpfen, wenn es aussichtslos scheint. Schröder ist in seinem Element. Er zwingt seine eigenen Leute dazu, ihm das Vertrauen zu entziehen, damit er neu gewählt werden kann. Eine paradoxe Situation, in die ihm viele nur widerwillig folgen. In diesen sechs Wochen, die gefolgt sind auf die Ankündigung, haben alle diejenigen, die zu dieser Einschätzung immer haben kommen lassen, wie schwierig das ist und was für mühsame Prozesse das sind, haben dann, weil sie nicht schuld sein wollten, so getan, als hätte sich der Kanzler da was eingebildet mit diesen ganzen Schwierigkeiten. Aber Fakt ist, dass es sie ja gab und dass sie meines Erachtens ein großer Teil der Probleme dieser Regierung ausmacht, weil die hatte immer in den eigenen Reihen ihre schärfsten Kritiker, die sozusagen täglich neu irgendwie in einem Medium saßen und sagten, wir machen sozial ungerechte Politik. Er setzt sich durch und verliert, wie geplant, die Vertrauensfrage. Der Weg für Neuwahlen ist frei. Auf Tribünen und Marktplätzen kämpft Schröder so, wie er es immer in scheinbar ausweglosen Lebenslagen tut. Er versucht, im Wahlkampf das Blatt noch einmal für sich zu wenden. Und hätte es auch fast geschafft. Am Wahlabend, kurz vor der Berliner Runde, ist die Mehrheit der Union hauchdöhn. Schröder tritt im Fernsehen auf, als könne es mit dem Regieren immer so weitergehen. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Am Ende akzeptiert er die neuen Machtverhältnisse dann doch. Er streitet für die SPD Vorteile bei den Koalitionsverhandlungen. Den Live-Auftritt entschuldigt er als suboptimal. Herr Bundeskanzler, ich melde. Großer Zapfenstreich zu Ihrer Verabschiedung angetreten. Gerhard Schröder, der Junge aus ärmsten Verhältnissen, der es geschafft hat, bis ins höchste Regierungsamt, nimmt Abschied von der Macht. Von ganz unten nach ganz oben. I Did It My Way spielt das Bundeswehrmusikchor für ihn. Er hat es auf seine Weise geschafft. Mit Mut zum Risiko, Angriffslust und immer auch einer Spur Selbstironie. Dabei hat er es weder sich selbst noch anderen leicht gemacht. Am Ende seiner Amtszeit, der politische Haudegen, nimmt Abschied mit Gefühl. Ein wenig Wehmut bleibt. Mir ist in meinem Leben nichts geschenkt worden. Ich wollte übrigens auch nichts geschenkt haben. Aber nicht jeden Tag geht es um alles oder nichts. Gott sei Dank. Bei der Amtsübergabe an Kanzlerin Angela Merkel verblüfft er die am Wahlabend so sehr verschmähte, schon wieder mit einer Charme-Offensive. Bloß nicht zu viel Pathos. Schröder ist bereits unterwegs zu neuen Zielen. Der Rechtsanwalt als Handlungsreisender. Berlin, Zürich, Moskau. Er wird Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsch-Russischen Energiegesellschaft von Gazprom, E.ON und BASF. Die Kritik daran stört ihn wenig. In der Galerie der Kanzlerporträts hat der Nachfolger von Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt und Kohl seinen Platz gefunden. Und seinen Platz in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, den hat er auch. Ein Kanzler des Wandels und der Wandlungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was für funk, 2017 ... Vielen Dank.